Was ist Tumorprogression? Tumorprogression bezieht sich auf die Schritte und Stadien, die ein Krebstumor passiert, wenn er wächst oder sich ausbreitet. Die Entwicklung eines einzelnen Tumors umfasst im Allgemeinen drei Phasen, Hyperplasie, Dysplasie und Karzinom. Das allgemeine Fortschreiten des Krebses bei malignen Tumoren kann auch vier oder mehr getrennten Stadien unterliegen, wenn der Krebs in andere Körperbereiche metastasiert. Abnormales Zellwachstum fördert einen einzelnen Tumorfortschritt, und die Veränderung einer einzelnen Zelle bildet die Grundlage für eine Hyperplasie. Die Ursachen für die genetische Veränderung der Ursprungszelle sind oft unbekannt. Während der Hyperplasie teilt sich die Zelle unkontrolliert weiter und produziert einen Überfluss an sich. Diese Zellen haben die Dysplasephase erreicht, wenn sie strukturelle Veränderungen durchlaufen, die ihnen ein ungewöhnliches und unregelmäßiges Aussehen verleihen. Sobald die Zellen eine große, eingeschlossene Fläche abdecken und Funktionsänderungen unterliegen, die sie in ihren ursprünglichen Aufgaben unbrauchbar machen, ist ein Karzinom aufgetreten. Ein Karzinom in situ repräsentiert einen einzelnen Tumor. Tumoren erscheinen oft als harte, kompakte Maße aufgrund der unorganisierten Zellen der Zellen. Sie können in fast jeder Zelle des Körpers vorkommen und somit können Tumore in jedem Organ auftreten. Krebserkrankungen, die im Blut oder auf der Haut auftreten, können ein anderes oder nicht klar erkennbares abnormes Aussehen annehmen. Jeder maligne Tumor kann mit dem Metastasierungsprozess beginnen. Die Metastasierung erleichtert die Tumorprogression in andere, bisher nicht betroffene Bereiche des Körpers. Mutationen in zwei Arten von Genen schaffen normalerweise Bedingungen für die Tumorprogression, Onkogene und Tumorsuppressoren. Onkogene sind die im Körper für die Zellteilung und Zellbewegung verantwortlichen Substanzen. Manchmal kann eine Veränderung dieser Gene dazu führen, dass sie einen übermäßigen Einfluss ausüben, was sowohl ein schnelles Zellwachstum als auch eine hohe Proteinkonzentration zur Folge hat. Zur gleichen Zeit können Mutationen Tumorsuppressorgene inaktivieren. Diese Gene sind die Sicherheitskräfte, die eine abnormale Zellteilung verhindern, wenn sie neutralisiert werden, führen die Onkogene ihre destruktiven Verhaltensweisen ungehindert aus. Die Krebsentwicklung wird häufig in Stadien unterteilt, die die anfängliche Tumorpromotion oder Progression und den Grad der Metastasierung charakterisieren. Neben dem zuvor erwähnten zellulären Aufbau der Zellen und der Manifestation der Ausbreitung gehören zu den weiteren Faktoren, die das Krebsstadium bestimmen, die Tumorgröße, die Tumorlokalisation und die besondere Rolle der Lymphknoten beim Krebs. Es werden verschiedene Staging-Systeme verwendet, aber ein bekanntes System unterteilt das Krebs- und Tumorwachstum in vier Stufen. Zu den Krebserkrankungen im fortgeschrittenen Stadium drei oder vier gehören im Allgemeinen größere Tumore und Tumorzellen, die die Lymphknoten erreicht haben. Bei den schwersten Krebsarten im späten Stadium trat auch eine Metastasierung der umgebenden Organe auf.